hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu let's play redcon ein napein eingriff ich bin mal gespannt was das zu bedeuten hat hallöchen hast du wieder offen als ich verbrannte sagte meinte ich es auch so definitiv ja definitiv ja auch jetzt gucken wir noch mal diese geschütze machen wir gerade mehr sorgen als alles andere mega kanone darf ins giftgaff reinschießen du darfst oben reinschießen und du schießt hier ein ich glaube ich habe alle umgestellt oder jede modus ist vorhanden zum ist ja mein abwehr genau unten und dies verdammt gut sogar noch was mit nichts so gefällt wir tun auf überhaupt gar nicht au 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 ja das war definitiv eine große rakete du hundling du ellendiger okay wir schießen es auch noch nach unten geschießt uns nach unten das wird schon du schießt auf die mp und du hoffentlich irgendwo in dem bereich rein so schwerer brandangriff vielleicht ne wir schießen normal drauf ich bin normal darauf aber gebraucht abwehrsysteme stelle ich gerade fest deswegen also sie haben nach unten wobei so viel thema alles nach unten bitte einmal dafür sorgen das ist relativ wenig bei dir gebracht einmal nach da oben wir brauchen abwehrsysteme wir brauchen definitiv abwehrsysteme sonst sieht es ziemlich bei uns ganz schnell aus mega kanone ich will super schweres brandgeschoss machen aber aber nein aber nein okay wir müssen das müssen wir machen wir müssen deine abwehrlammen legen hoffentlich auch mit erfolg hoffentlich mit erfolg wenn ich nämlich ziemlich alt aus wenn das nicht funktioniert hier funktioniert hat funktioniert hat sogar mehr als funktioniert du schießt weiter drauf du schießt nicht da drauf du schießt 85 prozent überall okay du bleibst auf dem schluss hier das ist auch nicht so gut da könnte ich mir jetzt auch gerade wesentlich schöneres vorstellen du schießt da drauf du hast es kaputt gemacht du schießt es auf diese beiden sachen hier drauf warum nicht ich brauche die abwehr ich brauche die abwehr jungs jungs ich brauche die abwehr aus und aus wie denn sie waren geschlossen nicht gut überhaupt nicht gut du bleibst mal da oben die kanonen sind ausgeschaltet da müssen wir uns darum kümmern halt datum ist uns geworden der rest schießt irgendwo drauf vor kann lustig ist habe ich so jetzt auch mal kein problem damit überhaupt nicht sogar das geschützt ist auch außer gefecht gesetzt je mehr geschütze vom gegner aus gefecht sind um so für besser finde ich das jetzt weihnacht unten wir brauchen medizin station und wie wir die brauchen und nämlich ziemlich alte aus hier brennt auch gleich wieder wunderschön dabei ist auch das heißt wir können weiter uns nach unten schießen du kannst auch noch was machen hier drauf gott ja schießt darauf es brennt immer mehr alles fängt feuer das ist nicht gut das überhaupt nicht gut das ist mehr als überhaupt nicht gut du hast deine schutzbefehl darauf du da drauf und du da drauf du auf den reaktor da hinten sag ich auch nicht nein dazu du nach da unten mithelfen hoch ein egal irgendwas machen irgendetwas machen hier zwei nach da drüben da ist nämlich ein kleiner großbrand bildung auf klein klein und groß brand naja die dass man sich sterben die lassen wir jetzt die mit ihr nicht sterben da drauf schießen ich schießt da drauf so schießt da drauf alles in ordnung das feuer breitet sich aus und das ist ihr wieder alle geheilt werden ich möchte das nächste feuer ein jahr meine güte meine güte das ist nicht gut das ist überhaupt nicht gut dann schießen dann ihr zwei nach daumen hin jetzt bei nach daumen verteilt euch einsatzkommando das kriegen wir noch hin das kriegen wir noch hin aber zum brennen der erde wird für uns gut ausgehen für die gegner weniger er möchte das wieder aufbauen das kann ich leider so nicht zulassen mit leider meine ich auf keinen fall auf keinen fall wir haben gleich noch ein paar kugeln mehr war es aber er kann uns auch wieder einsatzbereit das freut mich doch dann halte ich mal kurz noch gott ich kann sagen es haben wir doch es haben uns doch uns freundlich gekümmert aber jetzt wirklich ziemlich oft gekünscht zu noch einem bedeutungslos sieg commander kranz ganz ehrlich ich habe bestimmt schon den halben können denn von dir zerstört und du sagst immer noch abgedeuerungsloser sieg das band wendet sich ja die streitkrebs meines imperiums rücken endlich vor was waren wir die ganze in defensiv weil wir der verrede general und sein schurkenstaat nur noch ein fettfleck in den geschichtsbüchern sein du brauchst eine neue festung commander eine die bis in die krux hauptstadt feiern kann die festung gerio sie ist brandneu und die modernste gruppe der festung die dem imperium bekannt ist okay das heißt wir müssen check und check die werden wir niemals erobern können soll dass wir sie wir können das und werden es auch tun ob du am was ob du im speziellen ich dachte leben wirst ist eine ganz andere frage so da hat da hat die gute dame mehr als recht ok jerry muss sein schauen wir uns doch mal an sie ist etwas breiter gebaut um hier noch ein bisschen was haben passt ehrgeiz wird ihr untergang sein commander nein ich sage einfach mal nein aber hier dass das ding hier das gefällt mir ganz und gar nicht gift raketen wird sich das hier oben abschießen schließt hier drauf mit 70 wahrscheinlichkeiten nein omega kann ohne hier drauf so weit möglich als ist auf maximale tötungs effizit eingestellt funktioniert dann bin ich doch mehr als zufrieden wir haben ziemlich viele kugeln ziemlich viel mancher ziemlich viel au 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 so wenn sie das bitte unterlassen könnten oh das war definitiv nicht gut nach da oben jetzt muss ich gucken du schießt jetzt nach da unten rein während du auch nach unten einschießt wir schießen uns nach und nach vor so wie die meterweise mit der weise habe ich das ding hier unten auch mal kaputt schießen du bist mal mit so ein bisschen zumindest so bingo 2 die kanone kaputt gefällt mir sogar sehr was wir so machen die hier oben kaputt machen da kannst du ein bisschen mithelfen wenn sich die omega damit begnügt begnügt sich aufzuladen momentan wie dem der ich habe doch da eigentlich gar kein feuerbefehl gegeben das war nicht so gut solltaten sich mal ganz schnell zurück das hätte mich jetzt überhaupt nicht überlebt die zwei sind auch schon drauf da habe ich brauche mehr ich brauche definitiv mehr ist hier drauf und du schießt hier drauf müssen das ding hier freiheiten von einem das geschützt kriegen wir sowas von wieder rein so ich kann sagen legen zu früh hoch nein ging ja nicht dagegen genau richtig hoch so wie es ausschaut wie haben wir noch dich hier du falls das noch da unten da mein geschützt da mein geschützt da meins das vierte fehlt uns momentan ja da fehlt uns wirklich ein einziges schütz komm komm ne du gehst weg mit einer mp bombe dich brauchen wir gerade überhaupt gar nicht die abwehr ist noch nicht so perfekt hoch zum glück kurz davor kurz davor ihr verschwindet alle ach komm schon ernsthaft das eine hat jetzt ausgereicht dafür du machst mich fertig jetzt schießen wir nach unten rein jetzt schießen wir mehr als auch da und nein wenn das ding fällt war es das wehen dann war es aber sowas von wehen ballistik niederreißen beziehungsweise hier das nämlich wegfällt kann man nämlich nach unten weiter schießen dafür sorgen dass er mal ein kleines bisschen weniger verteidigung hat der gute mann ok du musst dich mal um die kanone hier oben kümmern wir haben vielleicht verlust da wir sind immer noch kampffähig und wie wir kampffähig sind und wie wir kampffähig sind im moment du schießt auf die gäste raketen kauf genauso wie du während du das ding hier kaputt schießt kann man ganz stark behaupten das war's für ein gegner das kann er nicht überleben das darf er nicht überleben ich weigere mich zu glauben dass er das überleben kann genau solche dafür brauche ich mehr da brauche ich mehr davon ich möchte eigentlich noch eine weitere knarre wenn ich jetzt ganz richtig liege oh komm schon bitte ich bitte dich ich bitte dich das ding hier ähm du gehst nach unten am besten ich brauche sie ich brauche sie so drüngend dankeschön ähm können wir vielleicht die mörse da unten kaputt machen ich hoffe mal ja es wäre jetzt ganz ganz dringend du hier oben schießt da drauf du bist auf der sich schon ausgerichtet es passt soweit du hast die sofortige feuer erlaubnis sobald du in der lage dazu bist oh gott gibt gas gibt gas ist niemals gut überhaupt nicht gut sogar ouch sage mal ach jungs macht mir das leben doch nicht so schwer ihr könnt doch einfach sterben ich überhaupt nichts gegen einzuwenden überhaupt nichts sogar jedes geschützt da drauf die mp geht mir jetzt nicht ordentlich auf den wecker dmp braucht doch kein mensch hier dankeschön was ich aber brauchen wäre eine weitere omega kanone es wäre wunderschön wenn die auch mal funktionieren würde wieder wenn ich überhaupt nichts gegen einzuwenden die darf jederzeit losfeuern es wäre nicht so als wäre sie schon ewig und drei tage weg vom fenster würde es jemand gefallen die energie versorgen wieder einzuschalten irgendjemand vielleicht das kann echt nicht wahr sein jetzt war über die dann die die gebärde da oben lasst mich nicht zerstören fest und lasst mich dein hänker sein na komm ich bitte dich bin ich deswegen darf nicht noch mal schießen ach die haben das ding wieder flott bekommen ok gut wenn die die gebärde nicht schießen darf dann macht es der rest auf jeden fall noch gelacht wenn nicht so jetzt aber weg mit ihr ich habe gesagt es gibt sogar das ding möchte einfach nicht drauf gehen ich weiß nicht warum ich bin doch ich bin doch so lieb zu ihm und beschwichtige ihn doch drauf er soll doch sterben aber nein macht man nicht er will einfach nicht sterben das war es das war es diese festung gehört endlich dem imperium damit wir unseren finalen schlag machen können mit der kampagne gegen die hauptstadt selber jupi das geschafft meine generelle haben haben gegen dich gewettet doch ich habe wie immer auf dich gesetzt und sieh an ich bin wieder der gewinner man kann ich mal irgendwas ab und du bist auch ein gewinner deine schlossenheit ist ein beispiel für alle genau wie deine neue festung jupi sieg überraschungs moment neun prozent länger betäubungswirkung ich schieße nicht mit betäubung festung entschlossenheit mit stärke zum sieg sie sind zu weit gegangen commander jetzt werden sie meinen wahren zu spüren bekommen ich glaube eher weniger aber wie das ganze hier weiter geht wie unsere festung ausbauen zum finale das wahrscheinlich wieder noch die mission weiter und wenn es weitergeht das erfahrt ihr alles in der nächsten aufnahme runde in dem sinn hoffe ich alles viel spaß beim zuschauen und das würde mich freuen wenn ihr das nächste mal wieder dabei sein könnte ist der art aber macht es gut wir machen noch einen weiteren orten